Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Zinswahnsinn, das ist das Thema der heutigen Ausgabe und ich habe Ihnen mal drei Charts mitgebracht, die Ihnen sehr deutlich zeigen, wie verrückt die Welt sich hier aktuell darstellt. Zunächst hat sich Österreich am Kapitalmarkt refinanziert, man hat eine Anleihe ausgegeben, also Schulden aufgenommen für den Zeitraum von 100 Jahren. Der Zins beträgt 2,1% vor Steuern, vor Kosten, vor Inflation selbstverständlich und dementsprechend der Aufschlag gegenüber einer 30-jährigen Anleihe, die Sie hier im Chart sehen, nur sehr, sehr niedrig, also sprich 0,5% für weitere 70 Jahre Kreditrisiko. Das zeigt, wie sehr der Markt verschoben ist, aber das ist nicht der einzige Indikator in diesem Bereich. Auch die Rendite von Hochzinsanleihen gegenüber Staatsanleihen, also Hochzinsanleihen, das sind Unternehmen mit schwächerer Bonität, gegenüber Staatsanleihen aus den USA, dem sogenannten sicheren Hafen im Finanzsystem, auch da sehen Sie, die Renditen sind extrem zusammengelaufen. Man würde eigentlich immer eine gewisse Differenz zwischen diesen beiden Papieren erwarten, also dass die Hochzinsanleihen deutlich höhere Renditen generieren, aber der Anlagenotstand in der Eurozone hat das Ganze so zusammenschrumpfen lassen, dass man sich doch fragen muss, ob das Ganze hier noch die wirtschaftlichen Fakten widerspiegelt. Die Alternative zu Anleihen, das könnten Aktien sein und typischerweise würde man erwarten, dass die Renditen von Staatsanleihen höher sind als die Dividendenrenditen, weil schließlich bieten ja die Aktien neben der Dividende auch noch die Chancen auf Kursgewinnen, was bei Anleihen zur Fälligkeit eben nicht der Fall ist. Und auch hier sehen Sie mal die Entwicklung in den vergangenen Jahren, das ist extrem zusammengelaufen. Aktuell, Sie sehen es hier, die Dividendenrendite im europäischen Aktienmarkt, die ist höher als die Rendite von Hochzinsanleihen und das zeigt auch mal wieder sehr deutlich, wie groß dieser Anlagenotstand ist. Für Anleger stellt sich nun die Frage, wie sie mit dieser Situation umgehen. Man sollte sich zunächst in keinen Anlagenotstand hereindrängen lassen. Die eigene finanzielle Risikobereitschaft ist mit Sicherheit die maßgebliche Kennzahl, um hier richtige Entscheidungen zu treffen. Und dementsprechend sollte man sich mit diesem Thema beschäftigen. Aus unserer Perspektive sieht das so aus. Man sollte natürlich seinen finanziellen Sachverstand schärfen. Darum geht es, die finanzielle Risikostruktur zu verstehen, die eigene Vermögensstruktur zu analysieren. Das können Sie beispielsweise kostenfrei und anonym auf www.mein-anleger-profil.de tun. Sie können Ihre finanzielle Risikobereitschaft schätzen, Sie können sie aus dem Bauch heraus nennen oder man kann sie auf Basis wissenschaftlich erprobter Prozesse testen. Das können Sie über einen Fragebogen zur finanziellen Risikobereitschaft tun, den Sie kostenfrei bei uns anfordern können. Und wenn Sie das alles getan haben, ja, dann macht es mal Sinn, mit uns zu sprechen und dann haben Sie auch eine sehr, sehr gute Maßgabe, hier finanzielle Entscheidungen zu treffen. In diesem Sinne darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.